viel spaß bei diesem video ich spreche jetzt eine sprache nicht wenn da was geschrieben auch kommt er hat irgendwas geschrieben aber ich wie gesagt ich kann die sprache nicht das ist wenn ich das in englisch halte würden alle es hat leider ein globales game so kamen nutella kann ja vieles bedeuten weil du weißt ist es eine beleidigung komplement als einfach nur nutella ist geil ja das ist das problem mit ausländischen sprachen englisch oder german blieb die stürmen ich versuche vor den händen zu kommen ja fuck you alter da gibt man im lave headshot hey das ist das kostet mich schon wieder jetzt haben wir die smurfs durchziehen bei meinem partner der stippt auch er kann sich durchlaufen und sich erhebten machen können die ronde war eh los hätten wir das machen können die waren dazu bald aufeinander drauf jetzt haben wir die smurfs unter packe ich würde ja nicht sagen dass der kleinen also den kleinen blauen mit weißen hüttern und eine rutsche werden werden aber so wird also nicht die schlüpfe ey was ist das dann alter schuldet die schlacken bruder 6 primstone kommt raus natürlich nicht die läuft da rein ohne irgendwas zu haben ja was soll die chat erwartet alter jetzt hätte selber jetzt schon machen müssen oder halte die schnauze einer will das lesen was du gerade in den chat schreibt ja das ist phoenix ja das ist phoenix das was phoenix in den chat schreibt ist einfach nur unnötig das war auf die chat bezogen trotzdem sowas schreibt man einfach nicht der steht dafür bitter alter ich bin schon wieder bei ihm was auf ja gewinnen ich habe es irgendwie noch gekriegt ja der soll man hilft mir doch und der vorgibt ob es leckert die wendel von jose euro genau aber junge ach scheiß und da ist ein fuck da ist ein skin da habe ich nicht gesehen und ich bin kein skin snacker um jetzt schon so dann bitte ich habe hier fallen lassen mit der brüder kann besser zurecht kommen du sagst ja danke aber nur wenn du was verliebt sein ja ja schnauze jungen da aber ja obwohl mitte irgendwo ja ja die sind a mitte spike in a ich habe aus panik die mauer gesetzt ich habe panisch die mauer gesetzt suchen letzter leben der verbündete ich kann laut zu sein die reine ist das witzen geht und endstoff jetzt genau wegen sowas kann ich hier nicht leiden endlich noch 10 sekunden spike platziert und ich reporte den gleich wegen bsg ey los schnell 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 aaaah das war ein bisschen knapp sagen wilder flammen ok war so ein drache glaube ich genau ja ich glaube ich brauche aber echt das bremst ein bisschen hier ist für etwas so eine ähnliche oberfläche hier wie beim mousepad ich brauche ein mauspad um das mal ein bisschen besser zu ich bewege die maus ich kriege das gleich ab und zu einmal leichtfüge physiker hier dass wir mal einen headshot machen oder so Absicht das ist vielleicht auch mal das problem warum ich es triebe avatars nicht der hat schon wieder seine fucking scheiß sniper ah ja reina ist tot schön kommen sie alle von hinten dann von hinten habe ich Juro noch weggepielt und ich hab den skin verpasst er ist er verloren ich hab den trache ich hab den trache es ging kriegt man gar nicht mehr ja leckt mich ich hab den nicht getroffen die schnauze das ist doch irre fühlt sich an als würden wir das schon ewig machen oder also Juro Alter zie ich schon kann ich aber nix machen Alter Autor wir bekommen fucking im Monat zuverballern Mädchen Nächste ja das war definitiv von herr ich hab ihn definitiv überm kopf getroffen aber der stirbt nicht ja genau die hat natürlich nichts bekommen ach man ey wie wollte die jetzt ich dachte ja schon tot hin dann steht dann auch wenn man wieder in der eckte ich wollte die kirche für den hat die auch getroffen hat man definitiv in der animation gesehen haben die hat keine kein schaden bekommt ja irgendwas stimmt hier nette ich habe ich nicht das sagt und alles genau so aus als wenn du truchstieg schon dann hieß doch nur vielleicht null oder ein treffer gemacht wird und denkt schon nein das war bei mir gerade bei brimstone auf ich habe den definitiv am kopf getroffen als hätten heller sein müssen trotzdem weiter die beiden am ende und der schon wieder da und er kennt mich natürlich ja das machen sie dings ne also ich wird beim auf spike platziert strom ausfall egal wenn du auch noch den älti hättest ja die habe ich ja eben habe überhaupt keine chance gehabt alter war schon tot bevor ich sind ziele konnte noch mal in den kampf ich bin nicht müde ich bin nicht müde hier überhaupt gelohnt ein hat so langsam das gefühl das ist unsere phoenix war da wächst das schon wieder da ja halleluja ist extrem groß steht zwei zu fünfer ist extremer als zehn wieder verliert haus hoch oder gewinnt auch so ja und er kennt mich jetzt meiner seite ach das war die also schau auf die kälte schälen irgendwo durch wahrscheinlich auch noch die kälte herum herum hopfen oder auch nicht wenn du nächste runde wir kaufen kannst dann überlast die bitte mehr wenn es geht muss ich mir nichts hoffen schaffe ich nicht ohne dass ich steppe ich muss sagen bleib weg oder stirbst bleibt lieber weg er sind hier zu spät er kippt dich schnell oder so eine kiel schreut das ist ein kiel scheu es gehen und ich werde halten und stehe aber das sollte ja die wache haben wenn du die ja dachte du willst keils ging es ja wie gingen sie auch um die waffe was ich habe hier verkauft ich habe ich habe weil wir so blöd war ja kommend total unbeeindruckt ich lieb ja weil deswegen gesagt dass du nach möglichkeit mir die waffe über das und sei damit ich halt geld habe das verkaufen muss und hätte ich halt schwachen können hätte ich hatten ich so eine fächende kaufen können das war das war es mag ich doch jetzt ist aber auch nicht so die hälfte nein und so ich habe wieder meine super duper ja genau es kommen die von hinten blöden also so war und trainer sind glaube ich so war also die komme ich gar nicht zählen ich bin nicht mehr über mitte weil da ist weil da amt fucking brimstone mit seiner fucking sniper absolut jetzt soll das wir das beiget wo das bike ist vielleicht mal ein bisschen weiter den umkreis wie weit man das sehen kann höhere kommt jetzt würde ich mal nur die zünden schön ruhig mich gerade zur seite drehen weil ich irgendwas gehört habe um zu einfach raus ich weiß nicht manche wissen genau wo ich bin kann ich noch zur schleiche besser wie die das machen dann noch das perfekte timing wenn ich mich nach rechts drehen die ganze zeit noch vorne geguckt und nicht erwartet dass von rechts was kommt da wärst du nicht raus nicht zu viel nachdenken das ist meine aufgabe ja du sagst irgendwas wo er wegfickt er ist wieder hier beim mittel gehört er wollte mich nehmen hat es aber verkackt also ich glaube kann das soll das trainer doch durch ihr kuchen durch ihre sphäre sehen kann an so einer hände ich was wenn die erblendung macht da diese kugel da wo man da nix sieht ist es wäre da an die dort durchgucken oder nicht weißt du es nicht von was du redest ja reina wenn sie ihr ding macht wo sie wirft damit man nix sieht ist es wäre dadurch gucken ich weiß nicht ich hab die noch nie gespielt ich weiß nicht was so geht die so zielsicher immer durch sind obwohl du zur seite gehst oder was die machen das und ficken dich weg es ist dann doch was aussieht wie ein auge dass es dann wie kann dann aber was sehen oder wie wird doch auch so teure facken zu fragen da ich wusste ja noch mal geguckt nicht wie die kostet aber ich wusste ja noch mal selber wir waren in dem gesamten spiel die kostet 5.000 ja genau deswegen ist es half life da wurde gesnackt hey wer macht denn die mauer ohne alter wenn chat over ist also ich muss besser abhauen das ist ja nicht dass die da ist bereit fürs hellfeuer die geht drauf lade nach hey die reina ratiert alle hey scheißdrecksmörfer mal länger waren aber gerade am reporten das mache ich jetzt dann wenn es normale hubschläge ist und dreck aber nie raus aus der ehe los uns von besser dass es besser wird ich bin doch mvp schon wieder hallo leute willkommen auf einem youtube-kanal wenn euch die videos gefallen haben lasst mir gerne daumen hoch kommentiert gerne meine videos sagt mir wie ihr sie findet oder was ihr nicht so gut findet über kritik bin ich jederzeit dankbar vergesst bitte nicht dass ihr die glocke oben aktiviert damit ihr immer über meine neuesten videos benachrichtigt werdet viel spaß euch noch danke fürs zuschauen